Wir sitzen hier auf der Kiste der Geheimnisse bei Team Dombeck. Neben mir ist Kai Jordan, der Sieger in der Division 1. Er hatte ein Wochenende zum Wegwerfen. Jetzt hat es geklappt. Kai, Glückwunsch. Danke. Endlich mal wieder auf dem Treppchen. Ja. Wie war's? Das war wahnsinnig, weil ich sag mal, nach der ganzen Saison, nach dem Desaster, was wir hatten, war das wirklich mal eine Erlösung und war mal, dass ich auch mal Glück hatte. Ich meine, der Frederik hatte das Problem und somit hatte ich mal das Glück wirklich. Und ich hatte in Lausitz schon in Führung bliegend Pech. Ja. Und ja, ich freue mich. Ich bin wahnsinnig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Du hattest ja einige Probleme am Wochenende. Kannst du mir das kurz beschreiben? Wir haben ja wenig gesprochen. Ja, wir hatten also wieder mal am Freitag ein Motorproblem und haben den Motor gewechselt. Haben eben, sag ich jetzt mal, einen etwas schwächeren Motor eingebaut. Und somit war gestern der vierte Platz, mehr war nicht möglich. Und das war schon gut. Also da war ich völlig zufrieden. Ja. Und heute im Regen hatte ich mir natürlich mehr versprochen, weil mit ein bisschen weniger Leistung ist das nicht ganz so gravierend. Und so war es eben schön, dass ich da mit dem Frederik mitfahren konnte. Aber er konnte eben doch ein bisschen wegziehen. Aber am Ende, ja, hatte ich eben mal gewöhnt. Ich freue mich auf jeden Fall für dich. Ich denke, wir sehen uns am Sachsen in Wiener. Und dann geht es weiter für dich. Ja? Super. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen angenehmen Restsonntag. Ich sehe, die Jungs packen jetzt schon zusammen. Kommt gut nach Hause. Ja, endlich. Raus aus dieser Hölle von Regen, Wetterumschwung von jetzt auf gleich. Der Nürburgring steckt immer wieder voller Überraschungen. Und ja. Ja, wir hatten diesmal keinen Schnee. Also wir haben was Großes. Ja, genau. Kein Schnee am Nürburgring. Im? Wir haben August, ne? Ja. Im August. Schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao.